Der ist ruhig ja nicht. Oh oh. Flack. Flack. So hoch. So. Da ist auch noch ein feindlicher Flack. Panzer. Okay, am Glück können die nicht allzu weit schießen. Die haben ja nur begrenzt. Reichweite. Die Flackgeschütze. Also kann ich hier in Ruhe mich hier hinten postieren und draufballern. Ohne dass mich irgendjemand nervt. Da hat mich die Schockwelle kurz erwischt. Ah, nur kurz. Jetzt, verrecke. Ja. Weg hier. Ich steig mal ein bisschen höher. Okay, ich bin ganz oben. Wegen Luftabwehr und so. Auf Dächern. Unser Phantom hier ist auch nicht unsterblich. Gani, noch eine verschlossene Tür. Aufmachen. Alles klar. Wo ist... Wo ist es hier aufmachen? Hier? Oder die andere Tür? Die Tür? Renn, 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 renn. Nein, nicht zu Fuß. Fresse. Zu Fuß ist eine ganz scheiß Idee. Ne. Das ist Granaten. Du wirst mir wünschen, du wärst in Frieden gekommen. Also, langsam reicht's doch mal. Hab ich den jetzt doch geheadshottet? Sehr schön. Gebt mir Deckung. Die Granate aus der Luft geschossen. Äh, abgeschossen. Nix da. Hab ich dich schon? Sehr schön. Ich hab ganz schlechte Erfahrungen oder Erinnerungen an dieses Level. Weil, irgendwie, Hammertyp und so. Der mich hier durch die Gegend jagt. Da komm ich hoch. Gleißendes Licht. Entweder zu dunkel oder zu hell mal wieder. Wo ist denn jetzt der Typ? Typ, 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 Typ. Typ. Na, kommt mal her. Ich spassies. Typ. 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 Nee, eigentlich nicht. Bug, du sprichst nicht in meinen Namen hier. Sehr schön. Nimm die mit. Typ. 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 Noch ne Brandbombe Ist ja Hammer Alle Gegner tot soweit Seid ihr alle weg? Ja, 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 ja So, die müssen wir jetzt zerstören Da lag ne Flak rum, die müssen wir jetzt dafür benutzen Um alle zu zerstören Mit alles seinen Sinn Ich denke, dass der Generator hier ist Ich bringe einen Sender an Okay, die brauchen drei Schuss Äh, drei Schüsse Dürfte doch alles gewesen sein Oder habe ich hier noch einen übersehen? Nö, dürften alle gewesen sein Und dann gibt's jetzt hier noch einen Schalter? Oder wie sieht's aus? Jo Push the button Lauf, 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 lauf Die stoßen sich da kurz noch an der Luke Dass ich den Hammer-Typ da so schnell getötet hab Wundert mich irgendwie Naja, was soll's Wollt ihr nicht weiterfliegen? Au, 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 au What the fuck war dat denn? Huuu Waa Scarab So, dann bleib mal hier Mach den Dings da kaputt Den letzten Phantom Und dann können wir uns Können wir uns da In Ruhe um den Oh, ich muss Ja, ein bisschen runter Können wir uns in Ruhe Da um den Dings kümmern Den Scarab Da haben die Schweine da An Scarab gestellt Gar nicht nett Oh Wie die einfach mal um die Ecke schießen Ah, alter Dein Drunk hat ein Ding Dein Umegger schießen Kann ich mich nicht dran erinnern Das ist immer noch ganz Kann ja nicht wahr sein, dass das Ding da so viel aushält Ich habe schlechte Neuigkeiten Wir müssen wirklich zum Fuß aus der Stadt raus Da ist ein Scarab Direkt neben dem Ausgang Na Das ist ja echt großartig Aus dem Weg Der wird zerstört Der wird sowas von zerstört Ey, weg da Ich brauche die noch Belagern die einfach meine neuen Meine neuen Banschies Die Schweine So, wie sieht es denn aus da Okay, wir erkunden hier noch ein bisschen weiter Die Gegend Das ist ja großartig Komm, komm her! Komm schon, mach ich schon. Bin schon dabei. Zumindest versuche ich's. Mist! Mir reicht's. Mist, mein Dings ist ganz beschissen geparkt. Du bist im Weg, Banshee. Du bist total im Weg. So kann ich nicht handeln. Oder... Moment. Okay, hast du nicht kaum? Wer weg hier? Run, run, run! Ab in den Tunnel, bevor noch einer auftaucht. Ja, ja, ja. Ich hab nur kein Banshee mehr. Ist der feindlich? Scheiße. Wie komm ich da hoch? Ich komm der nicht hoch. Ich brauch'n Banshee. Oder... Doch, ich komm da hoch. Ich komm da hoch! War ja nicht noch grad'n feindlicher Dings? Äh, wie sieht's aus? Nachladen. Oh, da hab' ich aus Versehen grad'n Dings angeditscht. Beim Banshee. Ja, fliegt ihr mal vor. Fliegt ihr mal vor. Verdammt. Noch mehr von ihnen. Halten sie sie aus, damit wir durchkommen. Ah, das ist das Ende. Da gibt's eine Kettenreaktion. Halten sie sie ruhig, Mickey. Alles okay? Gut, dass es nicht nach ihrem ersten Plan läuft. Sehen sie sich die Tunnel an. Die, die nicht überflutet sind, sind wahrscheinlich voller Bagger. Ich würde nicht mal dahin gehen, wenn sie es befehlen. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Träger? Meine Befehle. Und Back? Nennen Sie mich Captain. Mickey, drehen Sie. Dann finden Sie einen sicheren Landeplatz. Was? Warum? Ich hab was verloren. Jetzt weiß ich, wo sie ist. War fertig. Auch wieder, endlich mal wieder. Äh, die genügend Punkte geschafft. 60.000, wir hätten 50.000 gebraucht. Bla, bla, bla. Äh, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Weißen wir nicht mehr. Äh, ja. Werden wir nochmal durch die Stadt jetzt düsen? Mit Ruki? Ich weiß es nicht. Egal. Bis dann. Tschüss.